Ein Cabriolet wie dieser Ferrari erregt immer Aufmerksamkeit. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. Optional erhalten Sie für dieses Cabriolet unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage, vordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Die Sicherheitsausrüstungen in diesem Auto sind beispielsweise eine Rückfahrkamera, vordere und hintere Parksensoren und Xenon-Scheinwerfer. Möchten Sie diesen Sommer auch mit offenem Verdeck fahren? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt mit diesem Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017